So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tabletop-Podcasts Devils Playground von 2xplore.de und Radio Diabolus. Und ja, ich war mir nicht sicher, ob ich überhaupt noch Zeit finde, jetzt diese Woche eine Folge aufzunehmen, aber jetzt habe ich doch noch hier ein paar Minuten Zeit gefunden. Das heißt, ich werde mal ein bisschen zügig über die Hobbywoche drüber gehen, was ist so diese Woche passiert, wie bin ich mit meinen Projekten vorwärts gekommen und wie geht es vielleicht zukünftig mit dem Kanal weiter. Ganz kurz, was sind meine drei Themen, an denen ich gerade arbeite? My World to Slanish, da habe ich ein paar Vorbereitungsgeschichten gemacht, zum Bemalen bin ich jetzt nicht gekommen oder zum Basteln, mehr dazu dann aber am Ende des Videos. Dann Star Wars Legion war natürlich ganz groß auf dem Plan gestanden. Star Wars Legion ist auch einiges passiert, das dann gleich mehr dazu. Dann stelle ich euch ein Regelwerk vor, also den ersten Einblick davon. Wir werden das dann nochmal, ich werde vielleicht sogar ein eigenes Video rein, nur zu diesem Regelwerk machen, wenn ich mich dann komplett nochmal überall eingelesen habe. Und dann haben wir natürlich noch als Projektlaufen Modulocker. Und zwar Modulocker bin ich jetzt schon hier beim Grundbemalen der ersten Orks. Das heißt, die erste Bande wird diese Woche wahrscheinlich fertig. Mit ein bisschen Glück schaffe ich sogar diese Woche beide Banden zu bemalen. Ob ich dann bis zur nächsten Folge dann schon einen Spielbericht mal bringen kann, beziehungsweise wenn ich schon mein erstes Testspiel gemacht habe, muss ich gucken, ob ich das tatsächlich schaffe. Aber ich denke mal, dass mindestens eine Bande, wenn das sogar beide bemalt werden, das sollte ein realistisches Ziel sein. Und dann, wir schauen mal noch kurz auf ein Projekt, was ich euch noch zeigen möchte, was auch ein bisschen mit My Road to Slendish zu tun hat. Aber ich hätte mal gesagt, wir schauen einfach mal auf Star Wars Legion. Star Wars Legion hat sich nochmal einiges getan. Ich habe hier mein Waffenteam bemalt. Und ja, es sind Snowtroopler, die nicht im Schnee stehen. Aber ich habe sie trotzdem komplett in Weiß gelassen. Das Einzige, was ich als Einheitenmarkierung ihnen gegeben habe, ist im Endeffekt das violette Schulterpanzerteil. Und ansonsten habe ich sie einfach hier in so einer Tundra-Wiese reingestellt. Blumen, Sand und ein bisschen Gras. Ansonsten meine Speeder, die... Entschuldigung, meine Stimme ist auch heute ein bisschen hinüber. Die Speeder, die kennst du ja schon. Die haben jetzt auch am Wochenende den ersten Einsatz gehabt. Und darüber reden wir es dann gleich. Und zwar habe ich ja so viel Gas gegeben bei Star Wars Legion, weil wir ja ein Testspiel machen wollten, um zu schauen, wie uns Star Wars Legion gefällt, ob wir da zukünftig weitermachen wollen. Und da kam es dann spontan bei der Anfrage, ob ich gestern ein bisschen Zeit habe, vorbeizukommen, dass wir mal zu dritt die ersten Testspiele machen und mal schauen, wie wir mit den Spielen klarkommen. Und was soll ich sagen, es hat gut geklappt. Wir haben jetzt, wie ihr seht es ja, das war das Tote Spiel, wo ich mit meinen Imperialen gegen die Republik gespielt habe. Wir haben halt einfach nur hier dieses normale Übungsszenario genommen, das heißt einfach nur auf dem Tisch, auf dem Esstisch hier die Barrikaden verteilt und dann einfach mit den 400 Punkte Grundtruppen einfach hier ein Deathmatch gespielt. Und das hat sehr gut geklappt. Das war ideal, um einfach mal in die Regeln reinzukommen, nochmal zu sehen, wo hier und da vielleicht nochmal ein paar Kanten sind, wo man sich nochmal vielleicht ein bisschen mit befassen muss, wo man vielleicht nochmal nachlesen muss, ob es da noch wirklich so ist und einfach auch die Einheiten kennenzulernen. Und das hat ganz gut geklappt. Ich habe jetzt dabei gehabt, zwei Sturmtruppler-Einheiten mit jeweils sechs Mann, also einen zusätzlichen Sturmtruppler und einer schweren Waffe, dann als Anführer Darth Vader und hier meine zwei Speeder-Bikes. Und bei den Republik-Soldaten war Obi-Wan Kenobi als Anführer dabei, dann zwei Klon-Truppler und ein Bark-Speeder. Und Captain Rex, der hier am Rand steht, auch wie hier meine Geschützbatterie, die waren nur stille Zuschauer, die einfach nur die Schlacht beobachten sollten, um vielleicht davon zu lernen für den nächsten Einsatz. Und das hat wirklich extrem Spaß gemacht. Was mir sehr gut gefallen hat, ist einfach auch hier die Mechanik. Ihr seht hier die Einheitenkarten mit den Zusatzerweiterungen und so weiter. Das hat mir extrem gut gefallen, weil man halt hier einfach sehr schnell und einfach die Eigenschaften und Werte nochmal schnell nachschauen kann, ohne dass man jetzt wie bei Battlesquipe oder so dann großartig in irgendwelchen Ausdrucken rumkurschen muss und so weiter und so fort. Auch das Aktivierungssystem, das Wechsel war tatsächlich, hat gut geklappt. Das heißt, man hat immer was zu tun gehabt. Das ist sehr geil gewesen. Und wir haben halt wirklich in drei Runden geschafft, an einem Tag zu spielen, was bei Warhammer wahrscheinlich nicht ganz geklappt hätte. Insofern bin ich schon mal sehr begeistert. Und hier hatten wir dann übrigens so den Endstand hier von der Partie gegen die Republik. Darth Vader, jeweils noch der Anführer des jeweiligen Sturmtrupps war vorhanden und dann drei Klone, die ihn dann Darth Vader am Schluss vom Tisch gefegt hat. Das erste Match habe ich dann mit Quivis mich ein bisschen verschätzt. Das hat Quivis mich am Schluss dann auch aufgerieben und das letzte Match war dann auch größer gemacht. Da sind sie dann auf 750 Punkte jeweils hochgegangen, haben alle Miniatur genommen, die sie hatten. Hier übrigens ist es sehr schön, General Quivis. Und haben dann einfach nochmal ein größeres Match probiert. Und das war dann so, dass sie nach vier Runden aufgehört haben und da aber die Republik anscheinend ein bisschen vorne stand. Hier übrigens Darth Maul, schon mal kundkodiert. Und der war dann im letzten Spiel dann auch nochmal mit im Einsatz. Nochmal hier zum Durchklicken ein paar von den Impressionen von dem größeren Spiel. Und das sind noch ein paar Fotos gewesen vom ersten Spiel, wo ich gegen die Klappergestelle gespielt und leider auch verloren habe. Aber das war auch das erste Spiel, wo wir auch noch alle Fehler gemacht haben. Wobei es war sehr fair, weil jeder Fehler gemacht hat, weil er die Einheiten noch nicht richtig kannte und so weiter und das Spielmichharding erstmal reinkommen musste. Aber insofern war das ein richtig guter Abend oder Nachmittag, wo man einfach schön nutzen konnte, um sich wirklich mit dem Spiel richtig schön vertraut zu machen. und mit den Regeln klar zu kommen und auch die Einheiten kennenzulernen. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das wird öfters passieren. Wir werden definitiv Star Wars Legion öfters mal nochmal uns schnappen und spielen, weil es hat wirklich richtig Spaß gemacht und wir sind alle begeistert und wir sind eh alle Star Wars Fans. Und wenn man dann das Hobby oder diese Liebe zu Star Wars Universum dann auch in dieser Form so schön ausleben kann, natürlich top. Vor allem, das sind echt coole Regeln, die echt Spaß machen und die auch wirklich locker von der Hand kommen, um das zu sagen, das Showdown, der da aber glaube ich nicht fertig geflochten worden ist, wo dann Darth Maul, Captain Wax, gegenübersteht, um dann zu schauen, wer sozusagen der größere Held ist. Okay, das zu Star Wars Legion. Wie gesagt, zu Star Wars Legion werdet ihr definitiv noch einiges die nächste Zeit hören, weil da denke ich mal, wird es auf jeden Fall nochmal mehr geben und dann das nächste Mal, wenn ich darüber rede, werde ich vielleicht mal schauen, dass ich so einen Spielbericht mal mache, wo wir dann auch nochmal ein bisschen so die Regeln erklären und so weiter, mal gucken, was sich da machen lässt. Ansonsten, wie gesagt, Modulocker gibt es dann erst nächste Woche wieder, Futter. Da möchte ich euch ein Regelwerk vorstellen und zwar, Forbidden Psalm, das habe ich jetzt aus den USA bekommen und ich bin, muss ich sagen, begeistert. Ich bin ein riesen Fan von, es war so, Forbidden Psalm, habe ich mir damals angeschaut, habe das gesehen, auf so eine Zeichnung, wenn ich mir dann, schaut jetzt nicht so prickelnd aus, so als wenn es wirklich ein Regelwerk ist, was wirklich was kann, weil es halt dann doch sehr, ich würde mal sagen, in die Lastung gemacht hat. Aber dann habe ich von mehreren Leuten gehört, dass sie begeistert sind davon und nachdem die Leute teilweise auf ähnliche Sachen stehen wie ich, habe ich mir gedacht, wenn die so begeistert sind, kann es gar nicht so verkehrt sein. Habe ich mir ein bisschen mehr damit befasst, ein bisschen da angeschaut, was das kann, was es können soll und habe dann entschieden, wer ist was, ich hole mir mal einfach die Regelhefte und vor allem, ich wollte sie jetzt dann auch in Printform haben, weil ich muss sagen, ich bin ein alter Metalhead, bin seit 30 Jahren Metal-Fan und war damals auch aktiv als Schreiberling. Ich habe zum Beispiel auch Metal Sign damals rausgebracht, vielleicht kennt ihr ein oder andere noch das von früher, da sowas wie Rockheart oder Metalhammer, die war ja gerade im Kommen, die waren auch ganz kleine Hefte, so mit 40 Seiten oder sowas, wenn überhaupt. Der Nuclear Blast Katalog war teilweise auch noch mit Artikeln und war im Endeffekt auch mehr in einem kopierten Format, als dass es ein richtiger Versandhandel war, wenn man überlegt, wie groß das EMP und Nuclear Blast sind. Das sind ja ganze Bücher, die mittlerweile rauskommen, wenn sie einen Katalog rausbringen. Und damals hat man halt einfach noch mal geschaut, man hat eine Schreibmaschine, man hat irgendwo Bilder zusammengesucht, hat die dann zusammengeklebt und hat dann irgendwelche schönen Artikel geschrieben über Interviews, Artikel über Bands oder halt auch Reviews. Und diesen Charme bringt auch hier dieses Regelwerk rüber. Und das war mir am Anfang gerade so bewusst, wie geil das eigentlich ist. Und ich lasse euch einfach mal ein bisschen reinschauen in die verschiedenen Seiten. Da seht ihr, das ist einfach wie damals diese Metal Science gemacht worden sind oder Punk Science, die wirklich einfach wildes Design-Chaos waren. Aber genau das war der Charme und genau das bringt hier dieses Regelwerk rüber. Und trotzdem ist es gut zu lesen und trotzdem ist es gut strukturiert und leserlich. Und das ist auch das, worauf es ankommt. Und es hat einen sehr geilen Ansatz. Verbindend Psalm ist ein Rollenspieler, beziehungsweise ein Skirmish-Tabletop-Ableger von dem Rollenspiel Merc Borg. Da unten seht ihr es dann. Und man merkt auch wirklich sehr deutlich, dass das Spiel hier auf einem Rollenspiel basiert. Wobei es dafür eigentlich relativ wenig Hintergrund hat, der einem vorgegeben wird. Sondern Hintergrund wird teilweise in die Missionsbeschreibung gegeben beziehungsweise diese Seite hier ist sozusagen der Haupthintergrund. Und zwar, es gibt hier einen Magier, Aripix, der wohnt in einem Turm, ist ein bisschen verrückt, da ist der Mad Wizard und der sucht nach dem Forbidden Psalm, um sozusagen die Welt zu retten oder zu vernichten. Eins von beiden. Und die ganze Welt ist im Endeffekt im Chaos verfallen, es ist sehr düster, es ist brutal, es ist tödlich, es ist eine Welt, in der der Horror existiert. Und wir sind Abenteurer und zwar eine fünfköpfige Abenteurergruppe, die wir dann steuern und wir nehmen den Auftrag von dem Magier an, um für ihn Ressourcen zu sammeln oder halt auch den Psalm zu suchen und werden dann durch verschiedene Missionen durchgeleitet. Und das Ganze ist so gedacht, man kann im Endeffekt auch hier einfach eine kleine Runde spielen, ein Gefecht, aber der Hauptfokus davon ist, dass man ganze Szenarien spielt, dass man hingeht und sagt, okay, man nimmt sozusagen die Charaktere mit, man würfelt aus, welcher von den Charakteren ist sozusagen für das nächste Spiel wieder verfügbar und wenn irgendwelche sterben und ausfallen, werden sie durch neue Charaktere ersetzt und dann in die nächste Schlacht mitgenommen. Und das ist etwas, was ich sehr cool finde und vor allem ist es komplett Miniaturen agnostisch. Das heißt, man baut die Miniaturen selber zusammen, wie man möchte. Dort kann man sich dann richtig austoben, vor allem ist es wirklich eine extreme Dark, Fantasy-Welt und sehr düster, sehr brutal. Das heißt, man kann vom normalen Ritter bis hin zum mutierten Horror-Kämpfer alles mit reinbauen, was man möchte. Und das Schöne ist, man kann sich ja im Endeffekt schon mal die Charaktere vorher erstellen und dann schauen, dass man das Modell passend zu der erstellten Rolle her kreiert. Und das ist was, wo ich mir denke, das ist schon sehr, sehr reizbar oder reizvoll. Wie erstelle ich den Charakter oder meine Bande? Hier steht dran, wie ich meine Bande erstelle. Und zwar, ich suche mir fünf Modelle aus, dann jedes Modell kriegt einen Namen, dann weise ich Statistiken zu und zwar Statistiken sind ganz leicht. Ich habe entweder dieses Profil oder habe das zweite Profil und setze es hier entsprechend die Werte, wie ich möchte, auf die vier Eigenschaften des Charakters drauf. Daraus ergibt sich dann so verschiedene andere Eigenschaften. Dann würfel ich nach negativen Sachen, die er bekommt, jeweils eine oder wenn ich pick habe, zwei. Dann meine positiven Sachen und dann habe ich 50 Gold, die ich dann nach dieser Liste an Ausrüstung investieren kann, um dementsprechend die Truppe mit Gier auszurüsten und dann einer davon ist noch Magier beziehungsweise bekommt magische Schriftrollen, die ich dann hier aus dieser Liste rausnehme. Und damit ist mein fünfer Trupp erstellt. Und danach geht es schon ins Gameplay rein, was relativ einfach ist. Es ist jetzt so, man spielt hier wie für Rollenspiel üblich mit einem D20 und es ist so, dass die meisten Checks sind D12, das heißt 12 oder mehr, sind ein Erfolg und darauf kommen dann eventuell noch ein paar Modifikationen, was sich aber echt in Grenzen hält und es ist so vom Spielablauf her sehr einfach. Es ist auch ein Spiel, dadurch, dass es also Rollenspiel charaktermäßig ist, ich kann jetzt sowohl Singlespiele spielen als auch mit zwei Spielern. Ich glaube sogar mehr und es gibt hier auch NPCs, Monster, die dann nach bestimmten Aktionen reingerufen werden aufs Spielfeld und es ist auch wirklich so, dass in jeder Kampagne wird beschrieben, wie verhalten sich die NPCs für Solo-Play und wie verhalten sie sich für das Multiplayer-Spiel. Und das ist schon sehr cool gemacht und auch von den Monstern her, es gibt hier eine ganze Liste an Monstern. Wo haben wir es denn? Weil wir haben jetzt hier, das ist so die Liste an die verschiedenen Monstern, die dann dementsprechend auf Schlachtfeld kommen und hier, damit man sich so ein bisschen was vorstellt, sind sie einfach schon mal so zeichenmäßig dargestellt. Hat einfach seinen Charme. Es ist irgendwie cool. Ich bin total begeistert. Ich habe riesen Spaß daran und werde mich freuen, hier die ersten Miniaturen zu bauen und dann werde ich auf jeden Fall euch mehr dazu erzählen. Das heißt, von Forbidden Psalm werdet ihr definitiv noch mehr hören. Vor allem, es gibt nicht noch Erweiterungen zu Forbidden Psalm und eine davon habe ich mir auch schon geholt und zwar The Last War. The Last War, also Forbidden Psalm selber spielt in der Fantasy-Welt und The Last War spielt eher in einer Welt, die so erster, zweiter Weltkrieg gelegen ist, so Grabenkampf, wo aber die Welt schon im Endeffekt schon verfallen ist und kaputt. So ein bisschen Mutter Chronicles, falls ihr den Film kennt, so ein bisschen so dieses Setting, weil dann auf den Schlachtfeldern sind lauter Monster unterwegs und wir werden dann auch wieder als Ademteurer losgeschickt, um uns dann gegen diese Monsterhorn entsprechend dann zu verteidigen und dann irgendwelche Ressourcen und Sachen auf dem Schlachtfeld zu suchen und das hat natürlich einen ganz besonderen Charme, weil ihr wisst ja, ich bin ja bei meinen Imperialen so ein Strange-Devil-Fan, also diese Soldaten mit Gasmaske, diesen britischen Tellerhelmen, wie zum Beispiel hier auf dieser, bei diesen Geschützbatterien ist zum Beispiel und da ist das Setting natürlich schon sehr geil und vor allem da auch Domination zu bauen, macht richtig Spaß und vor allem das Witzige ist, ich muss aber noch genau schauen, wie das dann funktioniert, also weit bin ich hier noch nicht mit dem Reinlesen, man kann anscheinend dann jeder Truppe nochmal ein Tier mit dazugeben, was zwar da nicht kämpfen kann, aber man sammelt ja sozusagen Loot auf dem Schlachtfeld und jeder Charakter hat nur eine bestimmte Anzahl an Inventarplätzen und mit den Tieren kann man dann sozusagen das Loot dann vom Schlachtfeld transportieren lassen und das kann eine Hund, eine Katze, ein Pferd oder noch irgendwas sein und fand ich schon relativ geil und was es noch dazu gab, ich habe es noch dazu genommen, weil es einfach noch sie angeboten hat, ist hier diese Zeitungsseite, die nochmal zu The Last War Trench Codes und Trench Trench? Doch, habe ich doch richtig gelesen, ich denke mir gerade, hä? Auf jeden Fall ist da auch nochmal ein Szenario mit drauf, aber da muss ich euch, wie gesagt, nochmal ein bisschen mehr sagen, wenn ich mich da richtig reingelesen habe, da wird aber nicht lange dauern, da werde ich auf jeden Fall sehr zeitnah und sehr zügig loslegen, weil da muss ich sagen, ich habe mich so beim Reinlesen schon ein bisschen in dieses System verliebt, ähm, fast sogar mehr als Eternal 28, ich weiß es noch nicht, äh, das ist auf jeden Fall, denke ich mal, auch noch ein bisschen cooler und leichter zu spielen, weil es hat auch diesen Rollenspielcharakter, das heißt, das ist auch mal was für Leute, die jetzt nicht unbedingt Tabletop spielen, sondern die eher aus dem Rollenspiel kommen und sagen, okay, Tabletop klingt ganz interessant, aber ich habe keinen Bock, mit einer riesigen Armee rumzuspielen, aber nur fünf Charaktere, die ich dann fast rollenspielmäßig dann durch die Geschichte von Mission zu Mission durchführen kann, da kann man mich durchaus begeistern und für die, denke ich mal, ist Forbidden Psalm auf jeden Fall eine coole Sache und, äh, ich persönlich bin eh ein riesen Fan von diesen ganzen Dark Noir und Dark Fantasy und so weiter, Grim Dark, ähm, und die Aufmachung ist halt einfach top und ich werde mir, denke ich mal, nochmal Erweiterungen zu Forbidden Psalm holen und werde mir wahrscheinlich dann auch wieder die Bücher, wenn verfügbar, dann bestellen, auch wenn es aus den USA nicht unbedingt das Billigste ist, aber gut, ähm, das sind sie mir fast wert. Okay, ähm, damit sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema beziehungsweise beim letzten Thema der heutigen Sendung angelangt und zwar, ähm, ich werde euch heute nicht großartig Kickstarter-Kampagne oder sonst irgendwas zeigen, sondern, äh, ich werde euch einen, ähm, Miniaturhersteller zeigen, der bei, äh, My Mini Factory mit drauf ist, weil die, äh, speziell auch für sowas wie dieses Grim Dark Zeug, ähm, sehr coole Miniaturen machen und teilweise auch Signale schreiben, die man dann auch in diesem verbindten Psalm-Universum spielen kann und für die auch im Endeffekt dann teilweise die Belieces ausgelegt sind. Ähm, hab mir da jetzt dann, äh, bin jetzt einfach mal Tribe-Mitglied geworden, ähm, vor allem, weil jetzt die aktuellen Miniaturen, die sie haben, ähm, sehr ideal sind, äh, ich kann euch mal hier vielleicht eine in die Kamera einhalten, ähm, ist hier so ein Mix aus Mensch und Dämon, äh, oder eher hier, hm, und ich habe da jetzt dann, äh, auch noch ein paar andere ausgedruckt, so Bogenschützen und sowas, oder Schützinnen, weil, äh, diese Miniaturen sind ideal geeignet, um meine menschlichen Teile zu meiner Slendish-Armee hinzuzufügen. Ich möchte euch jetzt im Moment hier nur noch keine Bilder zeigen von denen, weil einmal sind die Miniaturen sehr derbe, sehr brutal, also nicht unbedingt jedermanns Geschmack, und außerdem, ich meine, das derbe und brutale wäre jetzt für YouTube kein Problem, aber, ihr wisst ja, das Schlimmste, was man überhaupt der Welt zeigen kann, sind Nippel, weil, wenn hier ein Nippel in dem Video drin ist, äh, geht natürlich die Welt unter, die, da wird die westliche Welt, äh, dem Untergang geweiht, und darum kann ich da leider keine Bilder zeigen, weil hier leider, ähm, einige Miniaturen Nippel zeigen, und nicht männliche Nippel, sondern weibliche Nippel, aber, was ich euch zeigen kann, ist einfach mal, äh, die Webseite von denen selber, wenn ihr nämlich so auf derbe und krasse Miniaturen steht, ihr seht es hier auch ein bisschen im Hintergrund schon, Bestiarium-Miniatures, heißen die Jungs, ähm, das ist auf jeden Fall einiges dabei, das ist so schön, ihr, die Miniaturen sind alle top gearbeitet, die schauen extrem geil aus, hier auch diese Skelette, äh, diese Totenkrieger, auch dann hier schöne Geländeteile, ähm, also ruhig mal auf, auch hier sowas wie, das, man hat auch so teilweise einige der Monster-Designs sind so ein bisschen, wie man es auch von, äh, den ganzen, äh, Souls-Spielen her kennt, ähm, auch hier so der Ritter, das könnte genauso gut aus, äh, einer der Charaktere aus dem Souls-Spiel sein, äh, oder er hier, dieser Bucklige, könnte Gegner von, äh, Dark Souls oder Demon Souls sein, und das ist natürlich ideal, um Monster für sowas wie vorbildenden Salmen zu generieren, aber auch wenn man allgemein zum Beispiel möchte, oder hier ist hier diese fetten Jungs hier, das ist das Original, das könnte auch aus Elden Ring raus sein, vom Design her, oder auch diese Teufelskanone, also die Designs sind einfach der Hammer, und für mich halt ideal, jetzt genau diesen Monat kam, äh, eine Reihe raus, ähm, das war jetzt so ein Mix, auch von den Modellen her, aus Lanish, äh, Kreaturen, ähm, ein bisschen Hellraiser-Style, und das Ganze in, der byzantimischen, äh, Welt, ähm, sehr cool, und, äh, perfekt, um einfach für mich jetzt hier nochmal, ähm, menschliche Truppen für meine Slanish Army zu bauen. Aber wie gesagt, den werde ich euch dann mal zeigen, wenn ich sie zusammengebaut habe, weil dann kann ich auch die Fotos genau schauen, was, äh, muss ich eventuell, wo muss ich Glocken auf die Glocken kleben, sozusagen. ähm, aber wie gesagt, wenn ihr einen 3D-Drucker habt, sozusagen jemanden kennt, der für euch was ausdrucken kann, und ihr sagt es, die bestialen Managers, die haben Sachen, die mich wirklich interessieren, schaut es da mal ruhig rein, äh, wie gesagt, einige Sachen haben sie, die gehen ein bisschen, ähm, über den guten Geschmack vielleicht drüber, für den einen oder anderen, vor allem jetzt auch für eine neue Reihe, da ist ein bisschen einige dabei, ähm, das ist schon sehr hart am extremen Horror dran, ähm, aber, ähm, halt einfach stilsicher getroffen, äh, zu dem, was die Jungs halt einfach machen wollen, das sind halt einfach Miniaturen, die ihren sehr, sehr eigenen Charme haben, und wenn man auf sowas Quim, Dark und so steht, ähm, ist das hier perfekt, um nochmal sich einfach Miniaturen zu bauen, oder einfach auch Teile zu bekommen, um sie dann, äh, nochmal weiter zu verbauen, in Miniaturen, die man, weil prinzipiell kann ich auch hingehen, sagen, ich drücke mir einfach mal 5 Miniaturen aus, und würfel die zusammen, und mache mir dann komplett eine eigene Miniatur draus, ähm, die Möglichkeiten sind da unendlich, wie ich finde, und das Coole ist natürlich dadurch, dass die halt auch so diesen Rollenspielcharakter teilweise mitliefern, also da muss ich sagen, da muss ich mich noch ein bisschen reinlesen, ich habe jetzt noch nicht den, ihre PDFs durchgelesen, die ich bekommen habe, aber so wie ich es mitbekommen habe, machen sie auch regelmäßig dann, äh, Szenarios für Forbidden Psalm, und, äh, dann auch noch fürs normale Rollenspiel, äh, sind die Sachen anscheinend auch geeignet, und dass sie sich da wirklich dann, Szenarien ausfallen, so ausdenken, die man dann dementsprechend dort dann auch spielen kann, insofern, sehr, sehr cool, und sie haben auch verschiedene Tribes, glaube ich, einmal einen, äh, wenn es eher, wo es eher um die Miniaturen geht, und einen, wo es eigentlich mehr um die PDFs, um die Regelwerke geht, also, wenn ihr da drauf steht, Bestia und Minagers, auf meinem Minifactory, kann ich aktuell nur empfehlen, ähm, werde auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiter beobachten, und werde euch dann, denke ich mal, dazu dann demnächst nochmal ein Update geben. Okay, das soll es heute in aller Kürze, wie gesagt, gewesen sein, äh, heute mal ein bisschen schneller, einfach aus zeitlichen Gründen, ähm, wenn es euch gefallen hat, wird, bevor wir am nächsten Mal wieder dabei seid, ansonsten gerne mal auf unseren Instagram-Channel vorbeischauen, da toexplore.de suchen, da findet ihr dann immer Bilder von den Projekten, an denen ich gerade arbeite, beziehungsweise für die Leute, die es jetzt hier im Radio die Sendung gehört haben, gerne mal auf YouTube nach toexplore.de suchen, also 2explore.de, und dann dort, äh, seht ihr dann die ganzen Folge nochmal mit Bildmaterial, und könnt euch nochmal die Sachen dann hier im Detail anschauen, ähm, ich freue mich über, äh, jeden, der nochmal vorbeischaut, äh, und vor allem über jeden, den ich vielleicht auf das eine oder andere, äh, Projekt aufmerksam machen konnte, und wie gesagt, äh, von Pippenpsalm, meine aktuelle neue Liebe, äh, kann durchaus ein bisschen Zuspruch, äh, gebrauchen, und wenn euch sowas interessiert, befasst euch mal damit, und, äh, unterstützt gerne die Macher. In diesem Sinne, euch noch eine schöne Zeit, eine schöne Hobbywoche, und würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, wenn es dann, Devils Playground, unsere Tabletop Gaming Sendung, nochmal in die nächste Runde geht. In diesem Sinne. In diesem Sinne.